Umfrage Autoverkäufer genießen im Volk mehr Vertrauen als unsere Politiker. Nicht einmal jeder Zehnte vertraut den Politikern. Berlin Seit 2001 wird erhoben, wie sehr die Bundesbürger verschiedenen Berufen Vertrauen entgegenbringen. 2011 lagen nach Angaben von NTV, wie bisher jedes Jahr, die Feuerwehrmänner auf Rang 1. Sie sind mit mehr als 90% Zustimmung aus Sicht vieler Bürger die vertrauenswürdigste Berufsgruppe. Ebenfalls mit mehr als 90% liegen Krankenschwestern und Piloten knapp hinter den Feuerwehrmännern. Zwar haben Pfarrer und Priester ein stetig sinkendes Vertrauensbild, doch liegen sie nach wie vor deutlich besser als die Politiker. Die kommen noch hinter den Autohändlern, 11%, abgeschlagen auf den letzten Platz. Nur 9% der Bürger vertrauen ihnen. Das sind wahrscheinlich eben die 9%, die Teil der aktuellen Machtschicht sind. Für die Umfrage waren 7474 Personen über 20 Jahre befragt worden. Was ließen keinen Gericht? 4-2-10���-Byrä